Diese Filterhülsen sind revolutionär. Sie vereinen den Vorteil eines Aktivkohlefilters mit dem einer Doppelfilterhülse. Dadurch wird die Filterung im Vergleich zum Doppelfilter oder Carbon-Aktivkohlefilter optimiert. Der Aktivkohlefilter filtert die schädlichen Teerstoffe, welche beim Rauchen entstehen, besser als gewöhnliche Filter. Dieser Effekt ist deutlich spürbar. Ein Resultat, das mit keinem herkömmlichen Filter erzielt werden kann. Der Tabakrauch wird deutlich leichter und feiner. Der Geschmack des Tabaks bleibt jedoch erhalten. Sie sparen 10% Tabak dank dem Doppelfilter. Die Eigenschaften dieser Filterhülse überzeugt durch die Vereinigung der beiden Filter, die die Schadstoffe optimal herausfiltert. Die Filterhülse ist problemlos mit allen unseren Zigarettenmaschinen zu verarbeiten. Das dünne Papier sorgt für maximalen Tabakgeschmack. Sie erhalten die Trendaktivkohlefilterhülse in der Einheit von 5 Packungen an 200 Zigarettenhülsen. den Testaktivkohlefilterhülsen. Untertitelung des ZDF, 2020